Wilhelm Hauf Lichtenstein Kapitel 36 Nach einem Marsch von beinahe drei Stunden näherte sich der Trupp der bündischen Knechte den Gefangenen in ihrer Mitte, dem Lager. Sie hatten nicht gewagt, sich laut zu unterreden, aber ihre Mienen verkündeten großen Triumph, und Georgs scharfem Ohr entging es nicht, wie sie flüsternd den Gewinn berechneten, den sie aus dem Herzog im grünen Mantel ziehen würden. Ein freudiges Gefühl bewegte seine Brust. Er glaubte, hoffen zu dürfen, daß der unglückliche Fürst durch seine kühne Aufopferung Zeit gewonnen habe, sich zu retten. Nur der Gedanke an Marie trübte auf Augenblicke seine Freude. Wie groß mußte ihr Kummer schon gewesen sein, als sie die Nachricht vom Ausgang der Schlacht bekamen. Er hatte ihr zwar durch treue Männer die Nachricht gesandt, daß er unverletzt aus dem Streit gegangen sei, aber wußte er nicht, daß die traurige Entscheidung von Württembergs Schicksal ihre Seele tief betrüben, daß ihre Blicke ängstlich dem Geliebten auf den Gefahren der Flucht folgen werden, daß ihre Sehnsucht zu jeder Stunde seinen Namen nenne und ihn zurückrufe. Und durfte er hoffen, vom Bund zum zweiten Mal so leicht entlassen zu werden, wie damals in Ulm? Gefangen mit den Waffen in der Hand, bekannt als eifriger Freund des Herzogs, mußte er nicht fürchten, einer langen Gefangenschaft, einer grausamen Behandlung entgegenzugehen. Die Ankunft an dem äußeren Posten des Lagers unterbrach diese düsteren Gedanken. Die Knechte schickten einen aus ihrer Mitte ab, um die Bundesobersten von ihrem Fang zu benachrichtigen und Befehle einzuholen, wohin man ihn führen solle. Es war dies eine peinliche Viertelstunde für Georg. Er wünschte, mit Fronsberg zusammenzutreffen. Er glaubte, hoffen zu dürfen, daß dieser edle Freund seines Vaters ihm seine gütigen Gesinnungen erhalten haben möchte, daß er ihn zum wenigsten billiger beurteilen werde als Waldburg Truchses, und so mancher andere, der ihm früher nicht günstig war. Der Knecht kam zurück. Der Gefangene soll so still als möglich und ohne Aufsehen in das große Zelt geführt werden, wo die Obersten gewöhnlich Kriegsrat hielten. Man schlug zu diesem Gang einen Seitenweg ein, und die Knechte baten Georg, seinen Helm zu schließen, damit man ihn nicht erkenne, ehe er von den Rat geführt würde. Gerne befolgte er diese Bitte, denn es war ihm in einem solchen Fall nichts unerträglicher, als sich den Blicken neugieriger oder schadenfrohrer Menschen aussetzen zu müssen. Sie gelangten endlich an das große Zelt. Diener aller Art waren hier versammelt, und die verschiedenen Farben und Binden, mit welchen sie geschmückt waren, ließen auf eine zahlreiche Versammlung edler Herren und Ritter im Inneren des Zeltes schließen. Schon mochte die Nachricht unter sie gekommen sein, daß einige Knechte einen Mann von Bedeutung gefangen haben, denn sie drängten sich nahe herbei, als Georg sich aus dem Sattel schwang, und ihre neugierigen Blicke schienen durch die Öffnungen des Visiers dringen zu wollen, um die Züge des Gefangenen zu schauen. Ein Edelknabe suchte Raum zu machen, und er mußte seine Zuflucht zu dem Namen der Bundesobersten nehmen, um diese dichte Masse zu durchbrechen und dem Gefangenenritter einen Weg in das Innere des Zeltes zu bahnen. Drei jener Knechte, die ihn begleitet hatten, durften folgen. Sie glühten vor Freude und glaubten nicht anders, als jene Goldgulden sogleich in Empfang nehmen zu können, die auf die Person des Herzogs von Württemberg gesetzt waren. Der letzte Vorhang tat sich auf, und Georg trat mutig und festen Schrittes ein und überschaute die Männer, die über sein Schicksal entscheiden sollten. Es waren wohl bekannte Gesichter, die ihn so fragend und durchdringend anschauten. Noch waren die düsteren Blicke und die feindliche Stirn des Druchses von Waldburg seinem Gedächtnis nicht entfallen, und der spöttische, beinahe höhnische Ausdruck in den Mienen dieses Mannes weissagte ihm nichts Gutes. Sie kingen, albern von Glossen, Hutten, sie alle saßen da vor ihm, als er dem Bund auf ewig Lebewohl sagte. Aber wie vieles hatte sich geändert! Und eine Träne füllte sein Auge, als er auf jene teure Gestalt, auf jenen ehrwürdigen Züge fiel, die sich tief in sein dankbares Herz gegraben hatten. Es war nicht Hohn, nicht Schadenfreude, was man in Georg von Fronsbergs Mienen las. Nein, er sah den Nahenden mit jenem Ausdruck von würdigem Ernst, von Wehmut an, womit ein edler Mann den tapferen, aber besiegten Feind begrüßt. Als Georg diesen Männern gegenüber stand, hob der Druchses von Waldburg an, »So hat doch endlich der schwäbische Bund einmal die Ehre, den erlauchten Herzog von Württemberg vor sich zu sehen. Freilich war die Einladung zu uns nicht allzu höflich. Doch um, ihr irrt euch,« rief Georg von Sturmfeder und schlug das Visier seines Helmes auf. Als sähen sie Minervas Schild und sein Medusenhaupt, so bebten die Bundesräte vor dem Anblick der schönen Züge des jungen Ritters. »Ah, Verräter, ehrlose Buben, ihr Hunde,« rief Druchses den drei Knechten zu, »was bringt dir diesen Laffen, dessen Anblick meine Galle aufregt, statt des Herzogs? Geschwend, wo ist der? Sprecht!« Die Knechte erbleichten. »Ist nicht dieser,« fragten sie ängstlich, »er hat doch den grünen Mantel an!« Der Druchses zitterte vor Wut, und seine Augen sprühten Verderben. Er wollte auf die Knechte hinstürzen, er sprach davon, sie zu erwürgen, aber die Ritter hielten ihn zurück und hutten, zornbleich aber gefaßter als jener fragte. »Wo ist der Doktor Kalmus? Daß uns die Ritter vom Fluß geben sollten, wenn die Herzoglichen aus dem Wald kämen. Jetzt ist Zeit,« sagte der Kahlmäuser. »Wir standen schnell auf und besetzten den Ausgang der Brücke. Es waren, soviel wir im Halbdunkel unterscheiden konnten, vier Reiter und ein Bauersmann. Die zwei Hintersten wandten sich um und forchten mit unseren Reitern. Die zwei Vorderen und der Bauer machten sich an uns. Doch wir streckten ihnen die Lanzen entgegen, und der Doktor rief ihnen zu, sich zu ergeben. Da drangen sie wütend auf uns ein. Der Doktor sagte uns, der im grünen Mantel sei der Rechte, und wir hätten ihn bald gehabt, aber der Bauer, wenn es nicht der Teufel selbst war, schlug den Doktor und noch zwei weitere von uns nieder. Jetzt stach ihm einer die helle Barde in den Leib, daß er fiel, und dann ging es auf die Reiter. Wir packten allesamt den im grünen Mantel, wie uns der Kahlmäuser geheißen. Der andere aber stürzte sich mit seinem Roß über die Brücke hinab in den Neckar und schwamm davon. Wir aber ließen ihn ziehen, weil wir den grünen hatten, und brachten diesen hierher. »Das war Ulrich und kein anderer«, rief albern von Klosen. »Ha! Über die Brücke hinab in den Neckar, das tut ihm keiner nach!« »Man muß ihm nachjagen«, fuhr der Truchseß auf, »die ganze Reiterei muß aufsetzen und hinab zum Neckar streifen. Ich selbst will hinaus.« »O Herr!«, entgegnete einer der Knechte, »da kommt ihr zu spät, es sind drei Stunden jetzt, daß wir von der Brücke abzogen, der hat einen guten Vorsprung und kennt das Land wohl besser als alle Reiter.« »Kerl! Willst du mich noch höhnen? Ihr habt ihn entkommen lassen, an Euch halte ich mich, man rufe die Wache, ich laß Euch aufhängen!« »Mäßigt Euch«, sagte Fronsberg, »die armen Burschen trifft der Fehler nicht. Sie hätten sich gern das Gold verdient, das auf den Herzog gesetzt war. Der Doktor hat gefehlt, und Ihr hört, daß er es mit dem Leben bezahlte.« »Also Ihr habt heute den Herzog vorgestellt?«, wandte sich Waldburg zu Georg, der still diese Szene zugesehen hatte. »Müßt Ihr mir überall in den Weg laufen mit Eurem Milchgesicht! Überall hat Euch der Teufel, wo man Euch nicht braucht! Es ist nicht das erste Mal, daß Ihr meine Pläne durchkreuzt!« »Wenn Ihr es gewesen seid, Herr Truchses«, antwortete Georg, der bei Neussen den Herzog Meuchlings überfallen lassen wollte, »so bin ich Euch leider in den Weg gekommen, denn Eure Knechte haben mich niedergeworfen.« Die Ritter erstaunten über diese Rede und sahen den Truchses fragend an. Er errötete. Man wußte nicht, ob aus Zorn oder Beschämung, und entgegnete, »Was schwatzt Ihr da von Neussen? Ich weiß von nichts. Doch wenn man Euch dort niedergeworfen hat, so wünschte ich, Ihr wäret nimmer aufgestanden, um mir heute vor Augen zu kommen. Doch es ist auch gut so. Ihr habt Euch als ein erbitternder Feind des Bundes bewiesen, habt heimlich und offen für den geächteten Herzog gehandelt, teilt also seine Schuld gegen den Bund und das ganze Reich, seid überdies heute mit den Waffen in der Hand gefangen worden. Euch trifft die Strafe des Hochverrats an dem allerdurchlauchtigsten Bund der Schwaben- und des Frankenlandes.« »Dies dünkt mir eine lächerliche Beschuldigung«, erwiderte Georg mit mutigem Ton. »Ihr wißt wohl, wann und wo ich mich vom Bund losgesagt habe. Ihr habt mich auf vierzehn Tage Urfäde schwören lassen, so wahr Gott über mir ist. Ich habe sie gehalten. Was ich nachher getan, davon habt Ihr nicht Rechenschaft zu fordern, weil ich Euch nicht mehr verpflichtet war, und was meine Gefangennehmung mit den Waffen in der Hand betrifft, so frage ich Euch, edle Herren, welcher Ritter wird, wenn er von sechs oder acht angegriffen wird, sich nicht seines Lebens wehren.« »Ich verlange von Euch ritterliche Haft und erbiete mich, Urfäde zu schwören auf sechs Wochen. Mehr könnt Ihr nicht von mir verlangen.« »Wollt Ihr uns Gesetze vorschreiben? Ihr habt gut gelernt bei dem übermütigen Herzog. Ich höre ihn aus Euch sprechen, doch keinen Schritt sollt Ihr zu Eurer Sippschaft tun, bis Ihr gesteht, wo der alte Fuchs, Euer Schwiegervater, sich aufhält und welchen Weg der Herzog genommen hat.« »Der Ritter von Dichtenstein wurde von Euren Reitern gefangen genommen. Welchen Weg der Herzog nahm, weiß ich nicht, und kann es mit meinem Wort bekräftigen.« »Ritterliche Haft«, rief der Truchseß bitter lachend, »da irrt Ihr Euch gewaltig. Zeigt vorher, wo Ihr die goldenen Sporen verdient habt.« »Nein, solches Gedichte wird bei uns ins tiefe Verlies geworfen, und mit Euch will ich den Anfang machen.« »Ich denke, das ist unnötig«, fiel ihm Fronsberg ins Wort. »Ich weiß, daß Georg von Sturmfeder zum Ritter geschlagen wurde. Überdies hat er einen bündischen Edlern das Leben gerettet. Ihr werdet Euch wohl noch an die Aussage des Dietrich von Kraft erinnern. Auf Verwenden dieses Ritters wurde er von einem schmählichen Tod befreit und sogar in Freiheit gesetzt. Er kann dieselbe Behandlung von uns verlangen.« »Ich weiß, daß Ihr ihm immer das Wort geredet, daß er Euer Schoßkind war, aber diesmal hilft es nicht. Er muß nach Esslingen in den Turm, und jetzt den Augenblick!« »Ich leiste Bürgschaft für ihn«, rief Fronsberg, »und habe hier so gut mitzusprechen wie Ihr. Wir wollen abstimmen über den Gefangenen, man führe ihn einstweilen in mein Zelt.« Ein Blick des Dankes warf Georg auf die ehrwürdigen Züge des Mannes, der ihn auch jetzt wieder aus der drohenden Gefahr rettete. Der Truchses aber winkte mürrisch den Knechten zu, dem Befehl des Oberfeldhauptmannes zu folgen, und Georg folgte ihnen durch die Straßen des Lagers nach Fronsbergs Zelt. Nicht lange nachher stand der Mann vor ihm, dem er so unendlich viel zu danken hatte. Er wollte ihm danken, er wußte nicht, wie er ihm seine Ehrfurcht bezeigen sollte. Doch Fronsberg sah ihn lächelnd an und zog ihn in seine Arme. »Keinen Dank, keine Entschuldigung«, sprach er, »sah ich doch alles dies voraus, als ich in Ulm von Dir Abschied nahm. Doch Du wolltest es nicht glauben, wolltest Dich vergraben in die Burg Deiner Väter. »Ich kann Dich nicht schelten. Glaube mir, das Feldlager und die Stürme so vieler Krieger haben mein Herz nicht so verhärtet, daß ich vergessen könnte, wie mächtig die Liebe zählt.« »Mein Freund, mein Vater«, rief Georg, indem er freudig errötete. »Ja, das bin ich, der Freund Deines Vaters, Dein Vater, drum war ich oft stolz auf Dich, wenn Du auch in den feindlichen Reihen standest. Dein Name wurde, so jung Du bist, mit Ehrfurcht genannt. Denn Treue und Mut ehrt ein Mann auch im Feind. Und glaube mir, es kam den meisten von uns erwünscht, daß der Herzog entkam. Was konnten wir mit ihm beginnen? Der Truchses hätte vielleicht einen übereilten Streich gemacht, den wir alle zu büßen gehabt hätten. »Und was wird mein Schicksal sein?« fragte Georg. »Werde ich lange in Haft gehalten werden? Wo ist der Ritter von Lichtenstein?« »O, mein Weib, darf sie mich nicht besuchen?« Fronsberg lächelte geheimnisvoll. »Das wird schwer halten«, sagte er, »du wirst unter sicherer Bedeckung auf eine Feste geführt und einem Wächter übergeben werden, der Dich streng bewachen und nicht so bald entlassen wird. Doch sei nicht ängstlich, der Ritter von Lichtenstein wird mit Dir dorthin abgeführt werden, und Ihr beide müßt auf ein Jahr Urfehde schwören.« Fronsberg wurde hier durch drei Männer unterbrochen, die in das Zelt stürmten. Es war der Feldhauptmann von Breitenstein und Dietrich von Kraft, die den Ritter von Lichtenstein in ihrer Mitte führten. »Hab ich Dich wieder, wacker Junge?« rief Breitenstein, indem er Georgs Hand drückte. »Du machst mir schöne Streiche! Dein alter Ohrheim hat Dich mit auf die Seele gebunden. Ich solle einen tüchtigen Kömpen aus Dir machen, der dem Bund Ehre machen wird, und nun läufst Du zu dem Feind und haust und stichst auf uns und hättest gestern beinahe die Schlacht gewonnen durch Dein tollkühnes Stückchen auf unsere Geschütze.« »Wieder nach seiner Art«, entgegnete Fronsberg. »Er hat uns aber auch in feines Reihen Ehre gemacht. Der Ritter von Lichtenstein umarmte seinen Sohn. »Er ist in Sicherheit!«, flüsterte er ihm zu, und beide Augen glänzten vor Freude, zu der Rettung des unglücklichen Fürsten beigetragen zu haben. Da fielen die Blicke des alten Ritters auf den grünen Mantel, der noch immer um Georgs Schultern hing. »Sei näher an!« »Ah, jetzt verstehe ich ganz, wie alles kommen konnte!«, sprach er bewegt, und eine Träne der Freude hing an seinen grauen Wimpern. »Sie nahmen dich für ihn! Was wäre aus ihm geworden, wenn dich der Mut nur einen Augenblick verlassen hätte?« »Du hast mehr getan als für alle! Du hast gesiegt, wenn wir auch jetzt die Besiegten heißen! Komm an mein Herz, du würdiger Sohn!« »Und Marc Strumpf von Schweinsberg?«, fragte Georg. »Auch er gefangen?« »Er hat sich durchgehauen. Wer vermöchte auch seinen Lieben zu widerstehen? Meine alten Knochen sind mürbe, an mir liegt nichts mehr, aber er ist dem Herzog nachgezogen und wird ihm eine bessere Hilfe sein als fünfzig Reiter.« »Doch den Pfeifer sah ich nicht. Sag, wie ist dein Kommen aus dem Streit?« »Es ist ein Held«, erwiderte der junge Mann, »von der Wehmut der Erinnerung bewegt. Er liegt erstochen an der Brücke. »Tod«, rief Lichtenstein, und seine Stimme zitterte. »Je treue Seele! Doch wohl ihm! Er hat getan wie ein Edler und ist gestorben, treu, wie es Männern ziemt.« Fronsberg näherte sich ihnen und unterbrach ihre Reden. »Ihr scheint mir so niedergeschlagen,« sagte er, »seid mutig und gedroht, alter Herr! Das Kriegsglück ist wandelbar, und Euer Herzog wird wohl auch wieder zu seinem Land kommen. Wer weiß, ob es nicht besser ist, daß wir ihn noch auf einige Zeit in die Fremde schickten. Legt Helm und Panzer ab! Das Gefecht zum Frühstück wird Euch die Lust zum Mittagessen nicht verdorben haben. »Setzt Euch zu uns! Ich erwarte gegen Mittag den Wächter, unter dessen Obhut Ihr auf eine Burg gebracht werden sollt. Bis dahin, laßt uns noch zusammen fröhlich sein!« »Das ist ein Vorschlag, der sich hören läßt!« rief der Feldhauptmann von Breitenstein. »Zu Tisch, Ihr Herren! Wahrlich, Georg, mit Dir habe ich nicht mehr gespeist seit dem Imbiß im Ulmerathaussaal. Komm, wir wollen redlich nachholen, was wir versäumten!« Hans von Breitenstein zog Georg zu sich nieder, die anderen folgten seinem Beispiel, die Knechte trugen auf, und der edle Wein machte den Ritter von Lichtenstein und seinen Sohn vergessen, daß sie in mißlichen Verhältnissen im feindlichen Lager seien, daß sie vielleicht einem ungewissen Geschick, wenn sie die Reden Fronsberg recht deuteten, einer langen Gefangenschaft entgegen gingen. Gegen das Ende der Tafel wurde Fronsberg hinausgerufen. Bald kam er zurück und sprach mit ernster Stimme, »So gerne ich noch länger Eure Gesellschaft genossen hätte, liebe Freunde, so thut es jetzt Not aufzubrechen. Der Wächter ist da, dem ich Euch übergeben muß, und Ihr mißt Euch sputen, wollt Ihr heute noch die Feste erreichen.« »Ist er ein Ritter, dieser Wächter?« fragte Lichtenstein, indem sich seine Stirn in finstre Falten zog. »Ich hoffe, man wird auf unseren Stand Rücksicht genommen haben und uns ein anständiges Geleit geben.« »Ein Ritter ist er nicht,« antwortete Fronsberg lächelnd, »doch er ist ein anständiges Geleit. Ihr werdet Euch selbst davon überzeugen.« Er lüftete bei diesen Worten den Vorhang des Zeltes, und es erschienen die holden Züge Mariens. Mit dem Weinen der Freude stürzte sie an die Brust ihres Gatten, und der alte Vater stand stumpf vor Überraschung und Rührung, küßte sein Kind auf die schöne Stirn und drückte die Hand des biederen Fronsberg. »Das ist Euer Wächter,« sprach dieser, »und die Lichtenstein die Feste, wo sie Euch gefangen halten soll. Ich sehe es ihren Augen an, sie wird den jungen Herrn nicht zu streng halten, und der alte wird sich nicht über sie beklagen können. Doch rate ich Euch, Töchterchen, habt ein wachsames Auge auf die Gefangenen, laßt sie nicht wieder von der Burg, gestattet nicht, daß sie wieder Verbindungen mit gewissen Leuten anknüpfen. Ihr haftet mit Eurem Kopf dafür.« »Aber ja, lieber Herr,« entgegnete Marie, indem sie den Geliebten inniger an sich drückte und lächelnd zu dem strengen Herrn aufblickte. »Bedenkt, es ist ja mein Haupt, wie kann ich ihm etwas befehlen?« »Eben deswegen hütet Euch, daß Ihr dieses Haupt nicht wieder verliert. Bindet ihn mit einem Liebesknoten recht fest, daß er Euch nicht entlaufe. Er ändert nur gar zu leicht die Farbe. Wir haben Beispiele.« »Ich trug nur eine Farbe, mein väterlicher Freund,« entgegnete der junge Mann, indem er in die Augen seiner schönen Frau und auf die Feldbinde niedersah, die seine Brust umzog. »Nur eine, und dieser bleibe ich treu.« »Wohlan, so haltet Ferner nur zu ihr,« sagte Fronsberg und reichte ihm die Hand zum Abschied. »Lebe wohl! Die Pferde harren vor dem Zelt. Bringt Eure Gefangenen sicher auf die feste schöne Frau, und gedenket Huldreich des alten Fronsberg.« Marie schied von diesem Edlen mit Tränen in den Augen, und auch die Männer nahmen bewegt seine Hand, denn sie wußten wohl, daß ohne seine Hilfe ihr Geschick sich nicht so freundlich gewendet hätte. Noch lange sah ihn Georg von Fronsberg nach, bis sie an der äußersten Zeltgasse um die Ecke bogen. »Er ist in guten Händen,« sagte er dann, indem er sich zu Breitenstein wandte. »Wahrlich! Der Segen seines Vaters ruht auf ihm. Ein gutes, schönes Weib und ein Erbe, wie wenige sind im Schwabenland.« »Ja, ja,« erwiderte Hans von Breitenstein, »seine Klugheit und Vorsicht hat er es nicht zu verdanken, doch wer das Glück hat, führt die Braut heim.« »Ich bin fünfzig alt geworden und gehe noch auf Freiers Füßen. Ihr auch, Herr Dietrich von Kraft, nicht wahr?« »Mitnichten und im Gegenteil,« sagte dieser, wie aus einem Traum erwachend. »Wenn man ein solches Paar sieht, weiß man, was man zu tun hat. In dieser Stunde noch setze ich mich in meine Sänfte, reise nach Ulm und führe meine Base heim. Levet wohl, ihr Herren!« Als der Schwäbische Bund Württemberg wiedererobert hatte, richtete er seine Regierung wieder ein und beherrschte das Land wieder wie im Sommer 1519. Die Anhänger des vertriebenen Herzogs mußten Urfehde schwören und wurden auf ihre Burgen verwiesen. Georg von Sturmfeder und seine Lieben, die dieses Schicksal mitbetraf, lebten zurückgezogen auf Lichtenstein, und Marien und ihrem Gatten gingen in ihrem stillen häuslichen Glück ein neues Leben auf. Noch oft, wenn sie am Fenster des Schlosses standen und hinabschauten auf Württembergs schöne Fluren, gedachten sie des unglücklichen Fürsten, der einst hier mit ihnen auf sein Land hinabgeblickt hatte, und dann dachten sie nach über die Verkettung seiner Schicksale und wie durch eine sonderbare Fügung auch ihr eigenes Geschick mit dem Seinigen verbunden war. Und wenn sie sich auch gestanden, daß ihr Glück vielleicht nicht so früh, nicht so schön aufgeblüht wäre, ohne diese Verknüpfung, so wurde doch ihre Freude durch den Gedanken getrübt, daß der Stifter ihres Glückes noch immer fern von seinem Land im Elend der Verbannung lebe. Erst viele Jahre nachher gelang es dem Herzog, Württemberg wieder zu erobern. Doch als er, geläutert durch Unglück, als ein weiser Fürst zurückkehrte, als er die alten Rechte ehrte und die Herzen seiner Bürger für sich gewann, als er jene heiligen Lehren, die er in fernem Land gehört, die oft sein Trost in einem langen Unglück geworden waren, seinem Volk predigen ließ und einem geläuterten Glauben mit den Grundgesetzen seines Reiches verbannt, da erkannten Georg und Marie den Finger einer gütigen Gottheit in den Schicksalen Ulrichs von Württembergs, und sie segneten den, der dem Auge des Sterblichen die Zukunft verhüllt und auch hier, wie immer, durch Nacht zum Lichte führt. Der Name der Lichtenstein in Württemberger Land ging mit dem alten Ritter zu Grabe, doch erlebte er noch im hohen Alter die Freude, seinen blühenden Enkel waffenfähig zu sehen. So geht Geschlecht um Geschlecht über die Erde hin, das Neue verdrängt das Alte, und nach dem kurzen Zeitraum von fünfzig oder hundert Jahren sind biedere Männer, treue Herzen vergessen. Ihr Gedächtniß übertönt der rauschende Strom der Zeiten, und nur wenige glänzende Namen tauchen auf aus den Fluten des Lethe und spielen in ihrem ungewissen Schimmer auf den Wellen. Dankeschön.